Frisch kalt, aber in der Werkstatt stört uns das ja nicht. So, jetzt haben wir endlich Licht hier drin. Wir können jetzt direkt loslegen. Schönes Stück Eiche, Mahagoni, dunkles Holz und ein etwas helleres Holz. Ihr seht, das ist nicht plan. Das muss alles noch vorbereitet werden für das Projekt. Dann haben wir unsere Säge. Mal zwingen. Jetzt haben wir eine gerade Kante, die wir auch an der Tischkreiswege nachher ansetzen können. Aber wir brauchen ja nicht die gesamte Platte. Wir brauchen ja nur 50 cm. So, das Sägeblatt. Fest ist fest. Mal gucken. Alles klar. Das gefällt mir nicht. Das kann man auch so nicht lassen. So, diejenigen, die mein letztes Video gesehen haben oder davor schon ein paar Videos, wissen, wie ich das mache. Und zwar habe ich hier so eine plane, eine dünne Spanplatte, die aber plan ist. Und darauf werden wir das Ganze jetzt festmachen. Das Ganze erstmal mit so dünnen Holzstreifen unterfüttern. Schön unter die Lücke und reinpressen. Kleben hier unseren Stoppblock dahinter. Ja. 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 Das ist echt fest. Man das geht ziemlich gut. Bevor ich den dicken Rubel weg packe, werde ich mir hier draus noch zwei Streifen zusägen. Bevor ich den dicken. Da das jetzt ein hohes Stück ist, möchte ich das nicht in einem durchfahren, sondern fahre das Sägeblatt immer Stück für Stück nach jedem Schnitt hoch und trenne das Ganze dann auf. Sägeblatt So, jetzt haben wir genau das, was wir wollten. Wir haben jetzt uns zwei zusätzliche Streifen zugesägt. Und somit haben wir jetzt hier etwas mehr Platz zum Greifen, mehr Fläche und das können wir jetzt schön zusammen verleimen. Genau, da habe ich jetzt die Markierung gemacht und diese Aussparung, also die Fläche hier, die muss weg. So und genau so soll das jetzt hier rein, werden wir nachher noch verleimen, aber erst, wenn die gesamte Platte verleimt ist. So. Jetzt muss ich nämlich gucken, dass ich alles im Winkel habe. Alles mal ein bisschen so rücken, dass es passt. Ich hoffe nicht, dass sich das jetzt verschiebt. Beim Festziehen kann das nämlich passieren. Diesmal werde ich unten und von oben alles zusammendrücken. Das war eigentlich eine fummelige Arbeit, aber es hat ja geklappt. Jetzt lasse ich das Ganze unberührt hier liegen, mache eine kurze Pause von einer halben Stunde ungefähr und dann denke ich mal, können wir das auseinander nehmen, die zwingen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, da bin ich echt neugierig, wie das wird. So. 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 Hier habe ich mir jetzt so einen dünnen Stab genommen, so einen kleinen dünnen Stab, Schleifpapier draufgeklebt und so kann ich dann wirklich hier in die engsten Bereiche, an die Ecken, Kanten drangehen und alles sauber schleifen. Kanten drangehen. Kanten drangehen. Kanten drangehen. Kanten drangehen. Kanten drangehen. Okay. Okay. Ich kann es immer wiederholen, das werde ich auch immer wiederholen. Wenn so ein Projekt fertig ist und man dann die Oberflächenbehandlung gemacht hat, fühlt sich das so gut an. Es ist wirklich so wie gekauft, als wäre es nicht gebastelt, sondern wirklich gekauft. Es ist sehr stabil. Die Frage ist nur an euch, würdet ihr oder hättet ihr jetzt in meinem Fall Füße drunter gemacht? So kleine Gumminoppen oder sowas. Könnte man machen, man kann es auch hinstellen oder hinlegen, je nachdem. Es ist ein Serviertablett, ich würde es auch als Serviertablett nutzen. Das wird kein Schneidbrett sein. Dafür ist mir das wirklich zu schade, da jetzt wirklich so Macken reinzumachen. Ja, das war es eigentlich auch schon. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt mir auf jeden Fall treu. Gebt mir einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und kommentiert mal bitte dieses Projekt, wie es euch gefällt. Mehr will ich nicht sagen. Macht's gut, Leute. Adios. Bye, bye. Auf Wiedersehen. comunicern und